FC Bayern Basketball, Maximilian Kleber, hallo. Block E hätten Sie gerne? Ja, natürlich können Sie hier Tickets kaufen. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe gerade einen Anruf auf der anderen Leitung, bleib kurz ran. Was magst du in deiner Freizeit? Müller auch schön durchgesteckt, aber wieder Maxi Kleber, wieder hat er die Übersicht, wieder hat er die Finger im Spiel. Ein bisschen zu spät, aber Müller ohne Visier und wieder Kleber mit dem Block, aber im Nachfassen. Kleber, Block Nummer 5, das ist hier seine persönliche Blockparty und alle anderen sind eingeladen. Tor. Ja, das kommt! Ja! Zisis mit dem Airboy, die Bayern können laufen, die Bayern laufen, Kleeber! Ausseits Bamberg. Ah, ah, ah. Ich hab's doch gesagt, nur außen. Ach so, nur außen. Nur außen. Ich hab mich schon gefragt, das reicht auch nie. Ne, jetzt nicht das Team komplett selbe und Würzburg schläft in der Defense. Gegen ein Top-Team. Schlicht und ergreifend zu viel und Maxi Kleber noch mal relativ kompromisslos. Das ist clever. Das muss ich auch clever sein. Auf der Skin, perfekt. Perfekt. Das war ein Fake-Shotter. Er hat den Roller-Klingel. Nein, nein, sie haben es aufgebaut. Oh, sie haben es aufgebaut. Gute Nacht. Gute Nacht. Das hat so gefangen! Das ist so geil, das ist so hübsch. Ich kann gar nicht mehr reden. Es ist schön, dass du angerufen hast. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao. So auch auf der Gegenseite, Maxi Kleber. Das ist so geil, das ist so geil, das ist so geil.